Giffey-Angreifer Gericht in Berlin ordnet dauerhafte Unterbringung an, der Mann wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Bei dem Angriff hatte er die Senatorin Giffey mit einem Messer bedroht und versucht, auf sie einzustechen. Glücklicherweise konnte die Polizei den Täter schnell überwältigen und die Senatorin unverletzt in Sicherheit bringen. Das Gericht entschied nun, dass der Angreifer aufgrund seiner psychischen Erkrankung eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus benötigt. Diese Maßnahme soll sowohl der Sicherheit der Öffentlichkeit als auch der Gesundheit des Täters dienen. Die Entscheidung des Gerichts zeigt, wie wichtig es ist, Menschen mit psychischen Problemen angemessen zu betreuen und zu behandeln. In diesem Fall konnte durch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus eine weitere Gefährdung von Personen verhindert werden. Senatorin Giffey äußerte sich erleichtert über das Urteil und dankte den Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion. Sie betonte die Notwendigkeit, psychische Erkrankungen ernst zu nehmen und angemessen zu behandeln, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.